Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Unterbach. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 690 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017